Lokbahnhof Oberwiesenthal am 22. Juli 2021. Die 990-1608-1 wird heute ihre Probefahrt absolvieren und im Moment wird sie hier dafür vorbereitet. Der Planzug ist gerade auch eingefahren und jetzt wird sich die Neubau 7K oder eben die kleine 4K stellen. So, die Kommandos, die man hier im Hintergrund hört, die kommen von der Bekohlung der 4K, wo wir gleich nochmal hinschauen werden. Aber erstmal warten wir jetzt hier auf die 7K. So, die wir hier haben. So, die wir hier haben. So, die kommen im Hintergrund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.